Du kannst ein Spiel jetzt nicht speichern. Kann ich nicht. Noch ein Freund. Sie haben einen Fertigkeitspunkt erreicht. So und jetzt noch mal F5. Ganzes Spiel jetzt nicht speichern. Nein, aber dann. So. Gehen wir schnell nach den Noten. Schnell in diese Richtung. Was? Ich wills ja auch nicht wissen. Ich wills ja auch nicht wissen. Einfach weiter reiten. Reite, reite, reite. Immer, ja, ja, reiten. Immer schön reiten. Noch mehr Wälder? Oh Gott, ziemlich viele Wälder. Jetzt können wir mal kurz Wölfe hier abnehmen. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ist die Armee der Liegestütze, Jungs. So, hier hat's mal ganz schnell gespeichert. Wunder, wunderbar. Okay. Um geht's zur Quest. Äh. Ich will aber erstmal, wie gesagt, die Frage zu euch haben. Damit ich mindestens Level 2 bin. Ab Level 2 gehe ich dann da rein. Vorher will ich da nicht hin. Gehen sich jetzt diese gepackten Wölfe dahin. Ich muss jetzt die Wölfe da ausschalten. So, ich speichere noch mal vorher. Zack. Nicht das noch sterben. Und dann laufen wir dahin. Machen wir schnell Wölfe platt. Oh! Ha! Ein Hammer. Ja, man. Staub nicht schlecht. Gehen kommen wir eine Stunde. Naja, bin ich jetzt gut durchgekommen. Besser als ich dachte. So, das nächste ist da oben, mitten im Wasser. Ach du Scheiße. Mitten im Wasser. Mitten im Wasser. Mitten im Wasser. Na, klasse. Das kann ja was werden. Da muss ich hier irgendwo ein Boot gehen. Ihr lasst mich da jetzt nicht schwimmen, oder? Oh, hier. Oh, hier. Oh, hier. Eine Truhe. Völlig dran vorbei. Rand an der Truhe. Schon schlecht. Noch mal ganz, ganz gucken. Bomben kann man noch nicht erstellen. Absolut auch nicht. Öl auch nicht. Das ist wichtig. Ich brauche nur einen verdammten Zwergenschnaps. Das kann doch nicht wahr sein, echt. So, ich hoffe, dass jetzt hier draußen im Wasser dann der Zwergenschnaps ist. Muss er da sein. Kann ein Hündchen was antun? Das war kein Hündchen. Das war ein Bark. Die sind kaputtes Boot. Das heißt, das ist Tau. Was ist hier? Nüchst. Da ist was. Okay. Ich werde nochmal hier fluchen. Okay. Irgendwas hier. Kräuter. Oh, kann man hier mitnehmen. So. Dann sollten wir langsam Wut auftauchen. Bevor die Luft da komplett ausgeht. Bisher bin ich noch nicht ertrunken. Ich habe auch kein Interesse dran zu ertrinken. Das nächste Fragezeichen ist da unten. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein besseres Schwert gefunden, oder? So. Ist. 27 zu 33. Ist zumindest um eins besser. So. Na, hier haben wir uns auf diese Betäubung. So. Äh. Ich bin es da unten. Ganz schnell an Land mit Pferdchen herunter. Und an Quest für Quest. Also den Ding für Ding da abfertigen. Und ich hoffe, dass ich unterwegs irgendwo einen scheiß Zwergenschnaps finde. Um endlich diese Schwalben herstellen zu können. Wenn ich hätte gerne diese Schwalben. Ja, das ist wichtig. Das ist ein Haltrang. Ich möchte diesen Haltrang haben. Hier laufen Patrouillen rum. Ist auch nicht schlecht. Ja, Plätze. Komm. Da hinten geht grad die Sonne ohne. Soll das hier irgendwas groß ist? Oh, Level 4. Der haut rein. Dauer. Sniff da, Flifto. Hey, GH! Aber das mit Ausweichen klappt schon besser als vorher, oder? Was sagst du, Shee? Ich hab grad ne Schlüssel aufgenommen. Ab hier schlossen. Nice. So, die sich für saura abgeschlossen. Da ist noch ne Kiste. Primärischer Schatz verfolgen. Machen wir doch auf jeden Fall. Irgendeine HP hab ich grad bekommen. So, lies das Dokument, dass du gefunden hast. Na, dann lesen wir schon ein Dokument. Gleich Waffenausrüstung, was egal was. So, Schatz, Schatz, Schatz. Blutdurchdenkende Militärbefehle. Lesen wir uns nicht durch. Ich glaube, das war's auch nicht, oder? Doch. Sauber. Der Schatz liegt... ...in einem Dorf. Wunderbar. Ab zum Dorf, Schatz heben und dann hier oben. Das macht am meisten Spaß. Ich meine, das ist jetzt noch ein kleines Gebiet, ja? Das wird nachher dann richtig groß und ich hab immer noch kein Level ab. Ich brauch unbedingt das zweite Level. Mit Distance. Wenn ich da antrete gegen dieses Monster dann am Ende, wenn ich jetzt mal in die Tränen bin, dann wird das übel. Komm rein, komm. Komm auf den Schatz, Hockey-Style jetzt zu ja geschnapsen. Eine Mühle. Hier ist ja irgendeiner. Halt! 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 Wenn er kann das... Guck mal ein bisschen looten. alles verbranntes haus das hört sich richtig bitter besorgen und ist das rotes ich hab's nicht für dich runter muss will ich da runter nein muss ich wahrscheinlich ich hab's doch ein gefühl war auch noch eine rote tür ach man na hier wollte ich auch noch nicht schätze ohne ende nice ich liebe schätze so ich glaube da war ein zwergenschnaps dabei oder eine bombe kann ich jetzt mal herstellen ne 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 auch wenn es eine schöne bombe ist ich hab die erst mal auf denn ich will diesen drang hier herstellen das ist eines dreckigen zwergenschnaps ich glaube ich bin wenn ich schwer kann es mal sein und kloppen schnappst du fängt nicht ich muss noch mal den spiel tragen kein wundert dass diese krieg von oben geht mit feitlingen klappla blablabla kaios irgendeine neue quest bekommen glaube ich jetzt auflegen neben quest abgeschlossen nein 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 noch was du so kein questmann haben schon plätze in der hauplätze so gehen wir dahin bin aber immer noch nicht level 2 und habe immer noch kein zwergen schnapps das kann da nicht wahr sein das ist doch wo ist der scheiß schnapps versteckt stimmt äh 5 dank dir äh ja die stelle kenne ich das medaillon vibriert ja 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 kenne ich schon 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 das kenne ich schon jetzt mach mal erst weil ich da bin ich das war glaube ich das erste was ich da mal gemacht habe bin ich da hingeritten und dann bin ich auch schon verstorben diese fragezeichen drunter oh toll toll ok ich muss da rein und dann irgendwie noch unten weil hier unten ist noch das fragezeichen aber da unten komme ich nicht weil hier die beknackte hexe ist scheiße ja 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 hier muss ich wieder kommen wenn ich level 2 bin scheiße das ist das war das war das war der erste besuch man hat mich noch gewandert und ich ja 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 zack dann war ich tot das ist ja nein 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 kein bedarf das tat weh das tat weh gute gute sind okay gute sind genehmigt ach war falsch das tat weh 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 und ich muss das jetzt anhauen Schild ist richtig jung. Ich glaube, das ist ein Anpacken überhaupt nicht verwendet. So, nur einer. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Nein, erstmal zu stürmen, das Ding hier. Ganz kurz weg. Und dieses Mal loot ich das auch. Letztes Mal loot ich das auch. Weil ich hab das vorher nie gelootet, bis ich dann irgendwann mal so ein Ding brauchte. Das hat mir dann schief verraten, wenn du sowas zu retten machst, bist du dann verliegt. Fertigkeitsfunk ist nicht schlecht. Das haben wir schon mal ein paar eingesammelt. Sehr, sehr gut. Problem dabei. Zeig mir, was du zu bieten hast. Andermann. 75 XP. Nice. So, hier und kann man nochmal eine Leiche pflüntern. So, ganz kurz guck hin. Dieses Monsternest ist ab hier fertig. Okay, hier darf ich nicht hin. Noch nicht. Das wäre tödlich. Geh mal rein. Puh, halt. Ah, Plätze. Oh, hier. Kann ich da sammeln. So, Plätze. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. So, ich nehme mal gerne schnell so eine Honigwabe, damit ich ein bisschen Dimpf bin mit dem Krieger. So, hier freue ich mich endlich an den Zwergschnapps, den ich immer noch nicht habe. Ich habe das Gefühl, ich muss zwei Dings kaufen. So, was haben wir hier schönes? Meine Fertigkeitsbombe jetzt zu verteilen, bringt jetzt erstmal gar nichts, weil ich muss jetzt mal Level 2 werden. Versteckter Schatz ohne die. Oh, will wird das nicht gut. Alter, ich wollte gerade ein Schild machen, verdammte Kutze. So, Schild da. Müssen wir mal gucken, wie ich euch loswerde. Komm schon. Werde immer mehr? Alter. Werde immer mehr? Alter, das hier haut doch ab. Das werden ja immer mehr. Warum werden es immer mehr? Wo seid ihr scheiß? Ich würde eine Armbrust haben. So, in einem G. So, Ratte.